hallo und herzlich willkommen zu diesem video in dem ich mal wieder etwas lebenszeit gegen wissen eintauschen möchte dies ist das zweite video aus der serie für den ip adapter plus in der version 2 im letzten video habe ich ein bisschen etwas auch über die installation und den download der models erzählt deswegen lohnt es sich da auch noch mal reinzuschauen aber in diesem video werden wir uns jetzt nur den anteil für face id anschauen und dafür lade ich uns mal ein default rein das stelle ich mir mal ebenso ein wie ich brauche so file name prefix das kann man eigentlich auch mal ein bisschen größer ziehen wir stellen den sampler korrekt ein cfg drehen ticken runter geben auf 7 als sampler nämlich einfach mal die standard einstellungen so und als model wähle ich uns ein epic realism aus für label diffusion 15 läuft alles sehr gut so was wir als allererstes brauchen ist wieder ein unified loader aber diesmal den für face id so da schauen wir mal wir wählen uns direkt face id plus v2 aus und hier sieht man schon wir brauchen uns also ab jetzt nicht mehr um die lora kümmern dieser unified loader für face id zieht sich auch schon die benötigte lora das war immer in kombination mit lora jetzt brauchen wir uns da auch nicht mehr drum kümmern sowie auch das benötigte clip vision model kümmert sich alles diese not jetzt drum hier je nachdem was ihr habt könnt das natürlich einstellen ich würde es auf cpu lassen ist ein bisschen ram schonender bzw vram schonender um genau zu sein deswegen nämlich cpu funktioniert auch ziemlich gut wir können das model hier schon mal oben reinziehen wir brauchen jetzt einen ip adapter dann nehmen wir den normalen einfach haken hier unser model ein haken unseren ip adapter hier ein und das ganze ist schon fast fertig wenn wir dem ganzen hier vorne noch ein load image spendieren und da habe ich mal das hier genommen in dem face id deswegen wollen wir ein gesicht nachbilden wir ändern noch den prompt wie gut ist die alte dame wie alt ist die gute dame circa 30 ich sag mal in a space suit ne wearing wearing a space suit in a space station und natürlich noch ein paar negatives so ja wir haben alles verbunden wir drücken einfach start die not kümmert sich um alles das was geladen werden muss und im prinzip können wir so auch schon face id plus wie to anwenden lassen sie jetzt einmal durchlaufen stellen den sampler schon mal auf fix sobald das geladen ist oben gehen auch die nächsten generationen fix und da geht's los so was kriegen wir denn kredenzt ja wir kriegen schon mal die dame kredenzt in einem raumanzug in einer space station so wie wir das wollten wir können hier noch ein bisschen das weight reduzieren das ist auch immer ganz gut dafür so und wir nehmen hier schon mal ein zieht damit uns ein bisschen besser orientieren können denn ich einfach random generiert ist so gut um das ganze noch ein bisschen zu verbessern ein bisschen mehr likeness rauszukriegen können wir jetzt noch einen anderen unified loader aber einen standard unified loader dazu nehmen hier wählen wir uns nämlich das plus phase aus können jetzt einfach das model hier rüber schäden können unseren ip adapter von hier vorne über schäden wir erinnern uns aus dem letzten video dass die unified loader erkennen ob sowas wie clip vision also clip ne vid h oder vid g schon geladen ist und sich dann darum kümmern dass es nicht doppelt geladen wird wir nehmen einen zweiten ip adapter dazu schäden das ganze hintereinander hängen das model in unseren sampler rein und hierfür brauchen wir noch ein neues bild ich nehme aber nicht das load image sondern wir nehmen hier dafür mal ein crop image image crop nehmen wir das so gehen hier einmal ins preview rein ich schalte den sampler einmal aus und sage auto cue weil wir jetzt unser bild ein bisschen kroppen müssen für ähm das plus phase model so ein bisschen hin wir müssen noch ein bisschen das alles in die mitte schieben so das sieht ganz gut aus nehmen auto cue wieder raus und nehmen dieses bild als referenz bild für unseren ip adapter der jetzt die die chain aus phase id plus und plus phase anwendet wir nehmen den mute raus lassen das ganze einmal laufen kriegen ein bisschen mehr likeness das liegt aber hier daran dass wir hier noch ein bisschen mit dem weight runter gehen müssen und so wird das ganze schon besser das praktische jetzt natürlich an den unified loadern ist dass wir auch hier wie auch im ersten video einfach auf ein sdxl model wechseln können ich nehme erstmal epic realism in der sdxl variante wir ändern auch hier wieder einfach unsere latent sizes für sdxl drücken start und das ganze funktioniert out of the box so da wird jetzt nochmal alles wieder auf das model angewendet das dauert dann immer ein bisschen länger beim ersten mal laden danach habt ihr gesehen geht es schnell wir warten jetzt trotzdem mal das ergebnis ab und wie wir sehen können funktioniert das alles wirklich einfach durch umswitchen hier so wo wir weitermachen ich gehe wieder auf ein stable diffusion 1.5 model zurück nochmal wieder das epic realism ändere die werte nochmal zurück das war jetzt nur zur demo weil es dauert doch schon etwas länger das ganze zu generieren wir können nämlich diese note hier natürlich auch gegen einen ip adapter advanced austauschen das ist gar kein problem wir hängen hier auch unser reference image wieder rein gehen hier mit in den sampler und haben dann auch hier die möglichkeit gezieltere einstellungen zu benutzen wie zum beispiel den weight type da geht das sampling endlich los ich muss immer ein bisschen beschleunigen bis alles geladen ist das sieht es nicht so schön nehmen wir mal diesen und ja jetzt können wir hier theoretisch auch ein bisschen mit den weight tapes rumspielen und gucken ob es besser zu unserem gesicht passt das ist zum beispiel finde ich ein bisschen schöner als eben da kann man einfach ein bisschen mit rumprobieren die möglichkeiten haben wir auf jeden fall gut ich gehe hier trotzdem noch mal auf linear natürlich haben wir hier auch die möglichkeit zu sagen wir wollen einen weiteren ip adapter haben ups einmal zu viel kopiert wir wollen einen weiteren unified loader hier haben so hier nämlich dann zum beispiel mal ein normales ip adapter plus model wir chainen das alles zusammen gehen von hier aus in den sampler und sagen als reference bild möchte ich gerne äh was nehmen wir denn da mal zum beispiel 80s retro wave nee wir nehmen mal das und ab dem zeitpunkt wird dann noch ein bisschen der stil angewendet das mischt sich jetzt natürlich ziemlich blöd ähm wir können aber auch hingehen natürlich sagen wir wollen hier vorne eine maske oder sowas anwenden wir nehmen einen mask blur ich setze ihn direkt mal auf 12 pixel ich sage wir möchten eine invert mask haben hängen die schon mal hier rein öffnen dieses bild im mask editor wählen einmal die dame aus sagen save to note die maske der dame soll natürlich auf unsere face models angewendet werden während die umgekehrte maske dann der hintergrund ist und auf unser stil model angewendet wird und so können wir dann auch natürlich ganz easy beeinflussen wie die komposition später aussehen soll so jetzt können wir auch hier hinten äh zum beispiel äh ein 80 cityscape nehmen dementsprechend passt sich die komposition dann auch an natürlich gibt es auch weiterhin das habe ich im letzten video nicht gemacht aber es gibt auch immer noch die prep image for clip vision node die ähm ja das bild noch mal ein bisschen ähm rechteckig zusammenschneidet wir können jetzt zum beispiel sagen wir wollen center haben und hier an der stelle ein bisschen sharpening damit kann man noch mal gezielt aus dem referenz image die stile besser rausfischen und dann natürlich auch noch ein bisschen mit dem prompting hantieren wir wollen jetzt noch ein 80s retro wave style pushen wir das ganze noch mal ein bisschen so äh hier können wir dann auch noch mal sagen wir wollen einen äh äh ja nehmen wir mal ein ease out den hintergrund und so kriegen wir dann ganz interessante mischungen und das ist im prinzip äh so wie man ja jetzt face id anwenden kann ziemlich simpel ziemlich einfach einfach miteinander chainen auch styles wenn man mit masken arbeitet kann man kombinieren das äh ja macht es wesentlich bequemer und einfacher als vorher gut dann schauen wir mal was als nächstes thema im nächsten video kommt ich werde mir eins rauspicken noch von den möglichkeiten die wir mit dem ipa v2 jetzt haben und ich hoffe ich konnte euch helfen jetzt mit anwendung des face id models wünsche euch viel spaß beim experimentieren und rumprobieren und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin macht es gut und tschüss 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 tschüss